Musik 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 Ich bin immer noch am Fallen Ich bin immer noch am Fallen Schleide 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 Musik 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 Was spielt die denn da? Schüchternes Schulmädchen oder was? Hey, steh auf Senpai Wo bist du? Ah! Ich bin hier irgendwie so Ich glaub ich hab den Boss dahin Gibt schon gar nichts Da kommen ein paar Leute auf dich zu Na super ey Daniel Warum gehst du denn auch mal mal zurück Warum gehst du denn auch mal mal zurück? Ich geh doch zurück, ich war doch noch Gegner Verfolgen mich an Nein Warte, verfolgen mich immer noch Warte, verfolgen mich immer noch Warte, kacke Hey, ich bin hier am Anfang und die sind immer noch hier dabei ja Warte, ich komm zu dir Warte, ich komm zu dir Warte, ich komm zu dir Ich bring ein paar Gäste mit Warte, ich bin hier Wer kommt denn da? Hörst's doch ey Ja, da sind die Leute, die sich ganz schwägernd haben Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Was hast du denn da alles getriggert, ey? Ein fataler Fehler in deiner Taktik, Daniel. Komm her, mal bitte. Oh, jetzt kommt der. Was? Du brauchst aber gerade hier. Wo ist der? Jetzt ist er wieder zurück. Das war einer. Der ist trinkt, oder? Das ist ein Römer. Der ist ein Römer. Der ist ein Römer. Mal sehen, wir haben das. Der ist ein Römer. Der ist ein Römer. Der ist ein Römer. Der ist ein Römer. Was war hier, ihr beiden? Was war das denn? Ich hab mal eine Axt auf dem Stamm gesetzt. Kann ich sagen. Dann kann ich auch hier. Ich hab hier. Ich hab ein Römer. Ich hab mich gar nicht mehr in. Was ist das denn? Der hat ein Feuer hinter dem Garten. Boah. Voll die geile Atmosphäre jetzt. Boah, wie war das Feuer, mein Vorkan? Bei mir ist Feuer. Ja. Da ist so viel Feier. Ach, naja. Zeit für einen anderen Hand. Erwacht, mein Liebling. Ihr müsst aufwachen, um dieses Gesindel zu verdienen. Alter. Der hat den umgebracht. Der ist doch nichts Neues, Daniel. Der ist doch nichts Neues, Daniel. Warum mehr hast du nicht drauf? Mein Fell ist hart wie Stahl, Bitch. Ich fress mal eben seinen Herren. Ach, was? Was denn? Ich tose einfach. Wieso? Weiß er nicht. Oh, der hat mich versteinert. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es geschafft. Wahrscheinlich. Der Übergang von uns. Wahrscheinlich. Mein Gott, ich hätte da so eine Liste, was wir alles machen müssen. Diese Leute müsst ihr töten. Ihr müsst euch an den Zelt fernhalten. Ich fiege euch auch. Diese Geisterwetten müsst ihr noch eintragen. Einfach leid. Ich habe einen Wettergrund bei dir. Ja, ich bin schon gewöhnt, dass du verwert bist. Halt die Schnauze jetzt, ey. Okay. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Der muss natürlich nur zutreten, wenn einer am Boden hinfällt. Okay. Du bist ein ganz guter Boxer, Daniel. Ich weiß. Die ganze Searching, seit wir angefangen haben. Manchmal ist das Schwert unsichtbar, manchmal nicht. Ey. Ja. Ja, das hast du getan. Ich habe mich eben getätet. Ja, das ist mir klar, ey. Okay. Wie war das der Schwere gemacht? Oh Gott. Alter, was war das denn? Was? Ja, genau das meine ich. Okay, das ist der Dampf, der aus dem Boden kommt. Warte, Daniel. Ich kann dich wieder... Okay, oder auch nicht? Ja, ich hab's auch. Ich reiß ihm einfach die Eingeweide aus. Mein Gott, wie so eine Schere, Daniel. Meine Angriffe. Ja. Hörst du das, Daniel? Ja. Ja. Das hört sich an wie so eine Schere, ey. Voll aggressive Umarmung, ey. Wenn ihr nicht aggressiv umarmt wirst, dann weißt du nicht, was umarmung ist. Was machst du da schon wieder? Aber das hast du da angefasst. Wir haben schon wieder Nebel mit dem Schere. Ja, noch mehr Dampf, gell. Und da ist direkt der Nächste. Oh, Herr. 1,4 Millionen. Was zum Teufel. Oh, cool. Da ist rote Apparat, blaue Apparat und grüne Apparat. Und da hat's? Ja, guck doch. Da ist der blaue Apparat, da ist der grüne Apparat und da ist der rote Apparat. Ja, locker. Der Gerät wird nie müde, der Gerät funktioniert. Was ist denn das? Ist das ein riesiger Marshmallow oder eine Schneeflocke? Nein, das in der Mitte, da. So ganz, ganz viel. Ah, ja. Mitteln in Spacer. Sie kommen. Ach du Scheiße. Der eine schießt in die Luft, der eine. Pass auf. Ah. Ich versuche mal was von denen zu tanken, was die machen. Was ist das? Heilen die sich? Ich glaube der eine heilt. Der grüne, glaub ich. Boah. Wir sollten erst den grünen ausschalten, wenn's geht. Der rote, der ist aber irgendwie am nervig. Der dreht die ganze Zeit wie ein Spaß. Was machst du eigentlich? Der ist nervig. Der geht mir doch hier auf den Sack. Ich glaube du bist Farbenblendend. Weißt du den hier, der geheilt? Der grüne. Wegen den ich hier kämpfe gerade. Ich bin hier hinten dahin. Ich meine der wurde auch irgendwie geheilt. Ja, aber aus die Strahlen kam er irgendwie aus seinem Körper raus. Oh Gott. Ja, der dreht sich. Alter. Oder vielleicht könnten die alle heilen, was weiß ich. Ich hab hier nur versucht ein Muster zu erkennen. Tut mir leid. Ich wollte ein bisschen Hoffnung haben. Okay, ich muss mich verwandeln. Das geht mir zu sehr offen. Da kommt hey, Spasti. Aua. Daniel, ich gebe dir die Kraft. Keine Ahnung. Der hat mir nur einen Shatter gezogen. Keine Ahnung. Ah! Der hat mir nur einen Shatter gezogen. Ich war einfach voll random hier nur. Let's Beyblade! Also, pur wie der Erbsteht. Ah! Daniel, du hast die Kraft! Ich gebe dir noch mehr davon! Au! Alter, wie der mich rasiert! Ah, ah! Mein Arsch! Der geht ab wie so'n Zäpfchen, Alter! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wow, wow, wow! Der wär ruhig ein bisschen weg. Oder platziert, Junge. Siehst du mein Eifelt? Ich hab einen! Ich hab einen! Komm schon! Hab noch einen! Hab alle drei! Hey, hier! Na gut! Trophäe! Bebe-Schuppe! Noch mal, weil ich mir in die Wohnung hängen kann. Ja, wir kriegen Punkte ab. Zehn Stück. Oh Gott! Schiebe mal, ob ich das in die Wohnung her kann. Ich entferne dich gleich, ey. Das war der Kampf des Jahrhunderts. Das geschieht! Let's Beyblade! Der Daniel leuchtet immer an, ey. Der freut sich richtig. Was machst du da? Das ist schon schlecht wichtig zu sein. Du li- Wie geht's? Aha! Du Idiot! Oh Gott! Daniel, das sind ja so viele! Sie müssen ja auch richten. Das befindet sich nicht in meinem Bucala-Bucala. Wir vernichten sie alle! Wir kennen keine Erfahrung, Bucala. Ist mir auch schon aufgefallen. Wir vernichten sie trotzdem. Und dann vernichten wir sie wieder. Mehr habt ihr nicht drauf? Wir machen uns auch gar keinen Schaden. Sprich du mal für dich selbst, ey. Jetzt guck mal eben meine Nachrichten. Ja. Okay, von mir aus können wir gehen. Ich kann mich verwandeln. Ja. Ich fahr bei der Frags hier. Hab ich gesehen. Okay, dann nichts. Hier rausziehe. Okay. Wie kommen wir hier raus? Okay, wie kommen wir hier raus? Hier ist ne Tür! Das war geil. Das Auge war zu blühen, bis in den Händen. Und dann versprach die Sente zum Gleisen. Und dann versprach die Sente zum Gleisen. Und dann fahr die Sente zum Gleisen. Und dann kamen die Sente zum Gleisen. na, Mona. Eiskaltes Wasser ist der Schlüssel zu einem langen Leben. Zuerst begeg ich mich zum Schwitzen, dann springe ich in den See. Ja, weil du dann stinkst oder? Hör auf, dir nachzumachen. Olgum ist verrückt. Ja, das ist ja. Erkomasin? Wie... Hast du noch gehört? Olgum ist verrückt. Was ziehst du dich da um, oder? wird mir deshalb haben die auch keine Kinder weil wenn wir die irgendwie verrecken, da müssen wir den ganzen Weg um mal rein halt bloß die Klappe, ich weiß wie ich das mache, ich hab Erfahrung mit Flüchten wenn die einfach ein Bein stellen ja da muss aber irgendwo hin gleich mit dem Kolosseum, wo man da hin muss kann man so weit schwimmen, ohne dass Piranhas kommt ja ich glaub nicht, dass hier Piranhas kommt ja, ja ja, wegen Schreien muss er nicht die berühmten letzten Worte, ich glaub nicht, dass er Piranhas kommt was zum ja, das ist ein Drache ja, das ist ein Drache wohl akbar als Dämonen wüten in der Kaiserstadt ok du willst jetzt aber nicht gegen die kämpfen, oder? Er greift hier du willst gar kein Schatz und gehen wir ihm vorbei was? wuuat? wuuat? oh, was der Busch? öh, nein Ok, dann hat sich der Dantjoin erledigt. Oh Gott. Oh Gott. Der Struggle ist real. Oh Gott. Ich rutsche. Wie weit? Wo ist er? Ich bin hier oben. Spreng los nicht. Oh nein, dann sehe ich dich. geh auch weiter. Hier. Wie hat mich das ist verlaufen, wieawiaat die Heils aus würden? Wie am ich denn verbUND�? Also mal, ich robiere dich. Ich zeig erhaut ja.